Es ist Zeit für ein Nickelodeon-Monzuno-Mega-Monster-Master-Match. Ginger hat ihre eigenen Tricks und schlägt Storms Truppen mit Stärke, Klugheit und einem gewaltigen Monzuno, den sie Charger nennt. Charger ist ein Kraftpaket mit blauem Rücken und extrem mieser Laune. Er ist Gingers bester Freund. Wo auch immer sie auftauchen, gemeinsam erledigen sie ihre Gegner. Schalte ein zu der brandneuen Serie Monzuno jeden Samstag und Sonntag um 10.45 Uhr nur bei Nickelodeon.